Hallo und herzlich willkommen aus dem Sonnigen Fuerteventura. Ich bin's die Christina und ich bin hier heute in Corraleco, im Corraleco Zentrum und darf Ihnen ein Apartment vorstellen. Das ist ein Duplex Apartment mit zwei Schlafzimmern, zwei private Balkone und ja, wie schon gesagt, direkt im Zentrum. Wir haben es fünf Minuten bis zum Strang, drei Minuten bis in die Hauptstraße, Geschäfte, Supermarkt, alles im Walking Distance und ja, was soll ich noch weiter sagen? Ich führe Sie einfach mal rum. 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 Ich hoffe, Ihnen hat meine kleine Videotour gefallen. Für weitere Informationen www.goldacreestates.com Tschüss. Ich führe Sie einfach mal rum. Ich führe Sie einfach mal rum. Ich führe Sie einfach mal rum.